Hallo, schön, dass du angerufen hast, bei der Stehrmann und Grissemann in Team Nordline. Bist du über 18 und hast du gute Nerven? Dann sage jetzt laut und deutlich Ja! Danke, du bist jetzt im Hauptmenü gelandet. Wir werden dir jetzt verraten, was deine beiden Lieblinge auf dieser Intim-Hotline für dich vorbereitet haben. Möchtest du Stehrmann erleben, wie er sich mit einem Handwerker über Kalkablagerungen unterhält, dann sage laut und deutlich Opa. Sagst du Oma oder Salz, kommst du wieder ins Hauptmenü zurück. Aber warte noch, die Stehrmann und Grissemann Intim-Hotline bietet dir noch mehr. Du kannst zum Beispiel dabei sein, wenn Grissemann sich mit seinem Schützenverein betrinkt. Dafür musst du laut und deutlich Lampe oder Lump sagen. Doch Vorsicht! Sagst du gar nichts oder Lumpi oder Salbe, kommst du wieder ins Hauptmenü zurück. Sagst du Salbei, dann wissen wir, dass du ein echter Kenner und Stammgast bist. Bei Salbei nämlich hörst du, wie Stehrmann einen echten Hund aufbläst und dann einen Hamster vor seinen Verwandten bloßstellt. Das ist ein wirklich geiler Service. Der Grissemann und Stehrmann Intim-Hotline. Wenn du lieber gleich Hamster sagen willst, dann bist du ein ganz Schlimmer. Dann möchtest du nämlich live dabei sein, wie Grissemann durch ein Glasdach fällt und im Hauptmenü landet. Also sag jetzt entweder gar nichts, Opa, Salbe, Lampe, Salbei, Oma, Lump, Salz oder Hamster. Aber warte noch mit deiner Entscheidung, du frivoles Früchtchen. Denn die Grissemann und Stehrmann Intim-Hotline bietet dir noch ein ganz besonderes Service. Sagst du nämlich Gürtel oder Neoliberalismus, landest du direkt im Hauptmenü. Du musst also gar nicht, gar nichts sagen. Das ist jetzt neu. Also, triff jetzt deine Entscheidung. Leider konnte der Vokoder deine Stimme nicht als menschliche Stimme identifizieren. Bitte sprich noch einmal, laut und deutlich. Gratuliere. Du bist im Zwischenmenü gelandet. Bitte habe noch etwas Geduld. Inzwischen können wir dir den brandneuen Spezial-Sonderservice für Mädchen verraten. Sag einfach laut und deutlich Spange, Pferd oder Barbie. Oder sag laut und deutlich, gar nichts. Dann nämlich hast du die großartige Gelegenheit, wieder im Hauptmenü zu landen. Wo du wählen kannst zwischen Opa, Hamster, Lump, Salz, Lampe, Salbei, Oma und Salbe. Du erinnerst dich sicher, aber wir helfen dir gerne aus Kostengründen auf die Sprünge. Möchtest du Stehrmann erleben, wie er sich mit einem Handwerker über Kalkablagerungen unterhält? Dann sage laut und deutlich Opa. Sagst du Oma oder Salz, kommst du wieder ins Hauptmenü zurück. Aber warte noch, die Stehrmann und Grifemann in Team Hotline bietet dir noch mehr. Du kannst zum Beispiel live dabei sein, wenn ich mich mit meinem Schützenverein betrinke. Dafür musst du laut und deutlich Lampe oder Lump sagen. Doch Vorsicht, sagst du gar nichts oder Lumpi oder Salbe, kommst du wieder ins Hauptmenü zurück. Sagst du Salbei, dann wissen wir, dass du ein echter Kenner und Stammgast bist. Bei Salbei nämlich hörst du, wie Stehrmann einen echten Hund aufbläst und dann einen Hamster vor seinen Verwandten bloßstellt. Das ist ein wirklich geiler Service. Der Grifemann und Stehrmann in Team Hotline. Wenn du lieber gleich Hamster sagen willst, dann bist du ein ganz Schlimmer. Dann möchtest du nämlich live dabei sein, wie ich durch ein Glasdach falle und im Hauptmenü lande. Bitte wiederhole also jetzt laut und deutlich noch einmal deine Entscheidung. Gratuliere zu deiner Wahl. Leider ist diese Leitung zur Zeit belegt. Bitte habe etwas Geduld oder sag einfach leise und undeutlich Warschau. Nur für dich zum Spaß. Es passiert dann gar nichts. Sagst du gar nichts, bleibst du dein Leben lang im Zwischenmenü. Schade. Leider bleibst du dein Leben lang im Zwischenmenü. Solltest du jetzt auflegen wollen, sage laut und deutlich Scheiß Hotline oder mit verstellter Stimme gar nichts. Das nämlich bringt dir überhaupt nichts, weil dich der Hauptmenü Operator sofort auf deine Kosten zurückrufen wird. In diesem Fall bist du wieder im Hauptmenü gelandet. Toll, wir gratulieren. Hallo, schön, dass du angerufen hast bei der Stehrmann und Grissemann Intim-Hotline. Bist du über 18 und hast du gute Nerven? Dann sage jetzt laut und deutlich Ja. Bist du über 19, 20, 20, 20, 21. Jetzt sind es ja den Geben der Schöne. Gabi! Gutta.